Hallo, wir haben ein neues Kundenvideo bekommen für einen Futura Kabinenroller und zwar vom Theo aus Duisburg. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und du bekommst dafür 100 Euro Cashback. Und wenn ihr auch Lust habt auf 100 Euro, dann schickt uns einfach ein Video von eurem Futura Kabinenroller, Elektroroller, Seniorenmobil. Die Bestellung kann auch 1, 2, 3 Jahre alt sein. Und wenn wir das Video posten, bekommt ihr 100 Euro und ihr könnt uns das gerne per WhatsApp schicken, das Video. Und zwar an die 0179 663 6918 und die Nummer ist auch hier in der YouTube Beschreibung. Und bis jetzt haben wir jedes Video gepostet, also die Chancen sind sehr hoch, dass ihr die 100 Euro bekommt und macht doch was Verrücktes mit eurem Roller. Erzählt, warum der Roller cool ist, was euch an dem Roller gefällt und wir würden uns ultra, ultra freuen. Schickt uns einfach das per WhatsApp und ihr bekommt 100 Euro. Und jetzt nochmal Danke an den Theo und viel Spaß beim Video. Tschüss. Ich bin der Theo aus Duisburg. Ich hatte noch nie einen Führerschein und dann hat mir ein Bekannter gesagt, dass man, wenn man vor 65 geboren wurde, mit einem Kabinenroller ohne Führerschein fahren kann. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir den gekauft. Ich bin völlig begeistert. Ich kann einkaufen fahren, ich kann Freunde besuchen und bin schon 1000 Kilometer gefahren und das ist total klasse. Jetzt haben wir Winter und da ist auch eine Heizung drin, also ich friere auch nicht. Das ist alles wunderbar. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroller-E-Scooter-E-Bike- und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroller-Futura.